Mit dem neuen Stadtbus von Tür zu Tür. Manchmal kommt es doch auf die Größe an. Mit 10,60 Meter bietet der neue Stadtbus ausreichend Platz für Fahrgäste und ist trotzdem kompakt genug, um durch die Altstadt zu kommen. 30 Sitzplätze und 56 Stehplätze sorgen auch zu Stoßzeiten für ausreichend Platz. Als Niederflurbus ist er auch für Rollstuhlfahrer und mit Kinderwagen bequem nutzbar. Der Kinderwagen kann mit praktischen Gurten sicher fixiert werden. Richtig stark und trotzdem sauber. Mit 350 PS schafft er den langen Loiserberg hinauf nach Kneixendorf locker. Dennoch ist er sauber und erfüllt die Euro 6 Abgasnorm. Mit Sicherheit mehr Komfort. Hier hat der Chauffeur alles im Blick, alles im Griff. Der neue Bus ist großzügig und freundlich. Die Sitze schauen echt bequem aus. Und dank Klimatisierung kommt ja auch sicher keiner ins Schwitzen. WLAN ist ebenfalls vorhanden. Die Infoscreens im Bus zeigen laufend die aktuelle Position an. So fällt die Orientierung leicht und es wird keine Haltestelle verpasst. Da sind wir schon wieder. Pünktlich auf die Sekunde. In Krems sind wir ab 14. Dezember besser vernetzt als je zuvor. Von Tür zu Tür kostet dich nur noch ein Lächeln.